Boris Becker, 56, platzt vor Stolz. Der ehemalige Tennis-Star ist Papa von vier Kindern. Mit seiner Ex-Frau Barbara, 57, hat er seine beiden großen Söhne Noah, 30, und Elias, 24. Aus der Beziehung zu Angela Emakova stammt Tochter Anna, 23. Zu guter Letzt schenkte Ex-Lili, 47, ihm Nesthäkchen Amadeus, 14. Doch sein Jüngster ist gar nicht mehr so klein. Amadeus feiert nun seinen 14. Geburtstag und Papa Boris kann nicht fassen, wie groß er ist. Bei Instagram teilt Boris einige Schnappschüsse, die ihn zusammen mit Amadeus beim Reiten zeigen. Lässig und gekonnt posiert das Geburtstagskind neben dem Pony und scheint auch schon richtig sicher im Sattel zu sitzen. Nur das Beste für meinen Jüngsten an seinem besonderen Tag. Ich kann nicht fassen, wie schnell die Zeit verfliegt. Ich erinnere mich an deine Geburt, als sei es gestern gewesen, schreibt der einstige Profisportler sichtlich ergriffen. Es sind seltene Bilder des Vater-Sohn-Duos, denn Amadeus lebt bei Mama Lilli. Die Beziehung von Boris und Lilli soll nach wie vor angespannt sein. Der Grund dafür ist wohl nicht nur die immer noch nicht abgeschlossene Scheidung, sondern vor allem der Unterhalt für Amadeus. Freiwillig zahlt er ohnehin keinen Cent für seinen Sohn. Dabei hätte er selbst es in der Hand, eine Regelung für dessen Unterhalt vorzuschlagen, wetterte die Anwältin des Models gegenüber Bunte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017